Hi, ich bin Hans und ich bin einer der Papas von Kalimoto und heute möchte ich euch gerne ein Feature vorstellen, welches ganz neu in der Kalimoto App ist und vor allem, welches von euch sehr, sehr oft im Support angefragt wird und wo ihr auch zu Recht sagt, das wäre etwas, was Kalimoto noch deutlich besser machen würde. Und zwar geht es dabei um Straßensperrungen. Der normale Anwendungsfall, ihr seid unterwegs, eine Baustelle oder vielleicht nur eine tagesaktuelle Sperrung liegt vor euch und ihr wisst gar nicht genau, wie es jetzt weitergeht. Noch ärgerlicher ist es dann, wenn zum Beispiel einer der Via-Punkte, die ihr auf der Tour habt, in der Baustelle oder in dieser Sperrung drin liegt und ihr deswegen vielleicht dann beim Umfahren von hinten wieder an die Sperrung herangeleitet werdet. Das ist super ärgerlich, versaut euch den Spaß beim Fahren und vor allem ist es auch nicht in unserem Interesse, dass ihr von hinten die gleiche Sperrung nochmal seht. Aus diesem Grund haben wir uns jetzt seit einigen Jahren sogar schon mit dem Thema auseinandergesetzt und ich würde euch heute gerne vorstellen, wie das funktioniert und wie wir das Ganze in der App umgesetzt haben. Viel Spaß mit dem Video. Wir gehen heute direkt in die Karte und zwar geht es darum, dass wir die Streckensperrungen natürlich aktuell während der Navigation umgesetzt haben. Das heißt, das sage ich gleich vorweg, wir können zurzeit die Streckensperrungen nicht über eine Datenquelle von extern einbinden, sondern wir haben aktuell nur die Möglichkeit, dass ihr persönlich vor Ort in der App eine Streckensperrung hinterlegen könnt und die wird dann aber für das zukünftige Routing verwendet, also für das Routing innerhalb dieser einen Navigation. Und ihr werdet dann nicht mehr über die gesperrte oder gemeldete Strecke geleitet. Wie funktioniert das Ganze? Wir haben innerhalb des Kontextmenüs einen neuen Punkt. Das Kontextmenü ist der kleine Button mit den drei Punkten, den ihr während der Navigation seht, wo ihr auch die Tankstellen findet. Und da gibt es jetzt den neuen Punkt Straßensperrung umfahren. Dieser Punkt öffnet dann ein kleines Zusatzmenü, wo ihr die Möglichkeit habt, die Länge der Streckensperrung ungefähr anzugeben. Das ist vor allem hilfreich, wenn es nur eine kurze Brückensperrung ist, dann kann man den kurzen Weg bis 500 Meter auswählen. Es ist vielleicht sogar ein ganzer Straßenblock, der gesperrt ist. Dann kann man sogar sagen, dass die Straßensperrung bis zu 5 Kilometer sein kann. Ihr wählt also entsprechend den Wert aus, der für euch am realistischsten erscheint. Und danach wird automatisch eine Neuberechnung der Route angestoßen. Und ihr seht auch direkt in der Karte anhand von einer optischen Darstellung der Straße, dass diese nicht befahrbar und gesperrt ist. Zusätzlich, und das erkennt die App, werden Via-Punkte, die innerhalb dieses Bereichs liegen, automatisch als erledigt und abgefahren markiert, sodass ihr auch nicht wieder zu diesen Via-Punkten geleitet werdet. Somit vermeiden wir, dass genau dieses Problem auftritt, dass ihr eine Streckensperrung habt und von hinten durch die Umleitung wieder herangeführt werdet, weil die App da noch einen Via-Punkt abhaken möchte. Das wird jetzt alles automatisch über diese Einstellung gemacht. Und danach könnt ihr sofort weiterfahren, müsst keine Navigation nicht pausieren, müsst nicht Via-Punkte umsetzen oder löschen manuell. Das passiert jetzt alles über diese integrierte Funktion, sodass ihr durch während der Fahrt zwei Klicks automatisch von der Sperrung eine neue Route berechnen lassen könnt. Das funktioniert deswegen zur Zeit nur während der Navigation auf dem Gerät, weil wir noch daran arbeiten. Das ist eine Sache, die wir für die Zukunft anbieten wollen, aber das können wir aktuell noch nicht aus den Community-Daten machen, sodass wir die Streckensperrung, die ihr als Nutzer meldet, zentral für alle Nutzer zur Verfügung stellen, sodass wir wie zum Beispiel bestimmte Community-basierte Apps, wo Blitzer oder Gefahrenstellen gemeldet werden können, wo dann automatisch diese Sachen an alle Nutzer der App weiterverbreitet werden. Dafür fehlt uns aktuell noch die Infrastruktur. Daran werden wir weiter arbeiten, aber deswegen zur Zeit, die Sperrung gilt nur für euch. Aber das ist die Grundlage dafür, dass wir in Zukunft überhaupt zusätzliche Funktionen anbieten können. Und wir arbeiten natürlich daran, dass wir möglichst individuell die für Motorradfahrer relevanten Sperrungen in die App integrieren, sei es durch Meldungen der Nutzer oder durch Daten, die wir vielleicht in Zukunft dadurch nutzen können. Wir sind da auf jeden Fall dran. Wir wissen, dass das ein sehr, sehr großer Punkt ist, wo Kalimoto noch besser werden muss. Aber uns ist das bewusst und wir geben unser Bestes, diese Funktionen weiter zu verbessern. Vielleicht noch eine zusätzliche Info, warum das Ganze zum Beispiel bei TomTom oder Google funktioniert. Das sind nämlich oft Argumente, die ihr uns bringt, wenn wir darüber sprechen, um Support. Ihr müsst euch vorstellen, dass um diese Streckensperrungen wirklich selbst als Datenquelle aufbauen zu können, braucht man sehr, sehr viele Datenpunkte. Datenpunkte bedeutet, Nutzer, die draußen unterwegs sind und diese Streckensperrungen entweder aktiv melden oder sogar diese indirekt melden, indem man zum Beispiel einfach sieht, dass alle Nutzer an dieser einen Straße nicht langfahren, obwohl an einem anderen Tag dort immer ein hohes Verkehrsaufkommen herrscht. Das zeigt automatisch, dass da eine Streckensperrung ist. Dafür braucht man aber hunderte Millionen von Datenpunkten, die nur große Unternehmen wie zum Beispiel Google oder TomTom haben, weil Google quasi jeden Nutzern von Google Maps dafür auswerten kann oder weil TomTom als Kooperationspartner von vielen Automobilherstellern sehr, sehr viele Autos hatte auf der Straße, die ausgewertet werden können, wodurch sie dann diese Daten generieren und die sie ehrlicherweise als Geschäftsgeheimnis bzw. als Teil ihrer Geschäftsstrategie dann nicht einfach jedem zur Verfügung stellen. Deswegen haben wir nicht die Möglichkeit, diese Daten zu nutzen. Wir müssen uns etwas Eigenes überlegen und die aktuelle Funktion ist sozusagen der erste Schritt dahin. Und ich hoffe, das Video war informativ für euch. Ihr habt neue Informationen bekommen, wie ihr mit Kalimoto in Zukunft das lästige Thema Straßensperrungen umgehen könnt. Es wäre cool, wenn ihr unseren Kanal abonniert, dann erfahrt ihr auch zusätzlich alle Infos, was wieder Neues in der App kommt, wenn wir neue Funktionen haben und die hier präsentieren. Dementsprechend einfach das kleine Klöckchen anklicken und ansonsten bis bald und ich freue mich auf das nächste Video für euch. Bis dann!